Musik Ja, hallo liebe Sponsoren, heute ist Mandela Tag hier in Lataransflee, die fleißigen Helfer hier hinter mir haben sich heute bereit erklärt. Wir werden jetzt 67 Minuten arbeiten, freiwillig hier, und danach werden wir die Kost verputzen, die Luzette und Freda hier gemacht haben. Also, Zeit läuft 67 Minuten ab jetzt. Nelly, hier ist hier von der Mandela Tag. Was ist hier denn die Dachbücher hier? Die Dach von Mandela, das ist der Dachbücher bei uns. Mandela, das ist der Präsident, wird hier bei uns, und die Mandela, das ist der Dachbücher für jeden Tag. Das ist der Mandela-Dachbücher. Danke, Nelly. Halt da. Mandela-Dach, hier ist Beifendach. Was fühlst du, warum machst du hier? Das ist Wanderhuis, weil alle die lieben Mandela hier sind. Er ist ein guter Mensch. Und du mal ein bisschen Opöverung, weil wir das können, warum. Danke. Okay. Halima. Hallo. Mandela-Dach, hier ist die Dachbücher hier bei. So. Danke. Jamila. Top Star von Ladranstle. Hier ist vor dem Dachbücher bei. Ja. Bei Mandela-Dach. Was betekent die Dach, Mandela-Dachbücher? Wie kommt Werke noch 67 Minuten hier? Für die Gemeinschaft. Das ist ein guter Dünn für Mandela-Dachbücher, weil es hilft auch Menschen, wer zu bleiben, die Möglichkeit hat. Mandela war es gut, auch für Orenschwürden, wenn man es gut ist, wo es gut ist. Danke, Jamila. Ist sie hier bei? Mandela-Dachbücher. Mandela hat wohl Beier gedunt. Und ich sehe noch 11 Dachbücher, was Mandela am Essen achtergeladen hat, wo wir uns hier haben. Und da haben sie noch Beier auf Mandela-Dachbücher. Cool. Danke, dass sie hier bei ist. Danke. Tja, Mandela-Dachbücher wird seit 10 Jahren hier gefeiert in La Transflee. Das ist hier für uns und für unsere Gemeinde sehr wichtig. Und wie ihr seht, die Leute kommen und helfen hier auch. Mandela-Dach. Mandela-Dachbücher. Ja, was betekent die Dachbücher? Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Ja. Okay. Prat! 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 Lovely peoples from Lettanslei, I'm Gerhard Segler. And I'm Markus Wiesmeier. I'm from Augsburg calling and we wish you all the best for your Mandela Day. And have great celebrations and events with your new stage in the stadium. And go forward. So we hear that you have also a new solar technology and we are here just the best and go forward and have a lot of fun. Greetings from Augsburg. Bye-bye. Dear friends in South Africa, dear Unioners in Augsburg, we send you our warmest greetings for today's Nelson Mandela Memorial Day. We always think it is great what you have done in the old forestry in Augsburg. We wish you continued fun and success and greet you with the Champions League Anthem of our choir and with our battle cry and never forget I am a million. I am a million. I am a million. I am a million. It's all the major. Sie sind die besten. These are the champions. Die Meister, die Besten. The Grandes talented champions. The estadounid, die Meister, die Besten. Ich bin Torsten Matuschka, und ich habe 10 Jahre für Union Berlin gespielt. Ich wünsche euch einen schönen Tag heute und auf der Alte 1st Reihe. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Torsten Matuschka, und ich bin Torsten Matuschka. Ich bin Torsten Matuschka. Hallo alle in Südafrika, Autzhorn, bei der Alte Försterei 2. Mein Name ist Christian Arbeit, ich bin der Spokesman von Union Berlin. Und ich sende meine besten Wünsche aus der Alte Försterei 1, das Original Stadion an der Alten Försterei. Von Union Berlin zu euch in der Alte Försterei 2. Wir sind sehr stolz von deinen Erkrankungen in deinem sozialen Umfeld. Wir freuen uns wirklich, was passiert in der Alte Försterei 2. Unsere Hörer sind öfters zu euch. Wir wünschen euch einen happy Nelson Mandela Day. Wir wünschen euch alles Gute für eine gute Zukunft. Und wir bleiben in Kontakt und bleiben zusammen mit euch. Aizan! Hi! Mein Name ist Roland Crispin, von der Band Crispin. Dear Carmen, dear Dario, dear Freunde und Alte Zorn. Ich sende euch meine heart-fell-Greetings auf Mandela Day in Südafrika. Ich kenne mich, was passiert mit euch, und ich freue mich jedes Mal. Wir sind Union. Bye! Hey, Leute! Ich wünsche euch allen die Besten in sending warm Greetings from Switzerland. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Hab Spaß, Spaß und Tanz. Und ich freue mich, euch bald zu sehen. Danke! Bye, Bye! Willi, Lele, Yelele, Lele.. Btw. Lelile, yelelele, lelile.